Servus, was geht ab Leute? Ich komme zu einem neuen Video. Heute bauen wir den Lenkungsmotor von Herr und Frau zu Spinner. Das ist der Lenkungsmotor und ich bin auch ziemlich froh, dass er auch läuft. Ich zeige euch das jetzt im Moment. So, ich habe jetzt hier Batterien geholt, zwei Stück, weil eine davon funktioniert nicht. So wie es aussieht, funktioniert die nicht. Alter, der hat Autofokus drauf. Komm hier, komm hier. Der zeigt jetzt gerade den Käfer an. Jetzt hier. Du hast das nicht. Wobei, das ist vorwürfig, das hat der vorher nicht gehabt. Ja, ich muss noch ein bisschen, du weißt, das Video geht noch weiter. So. Ich gehe mal davon aus, dass das hier... Dass der nicht funktioniert? Doch, ich habe es doch letztes Mal. Er dreht zwar, aber das ist wahrscheinlich die falsche Batterie. Ja, man hört es. Man sieht es. Äh... Ja, Fokus ist drauf. Funktioniert. Es freut mich auf jeden Fall. Das heißt, man müsste keinen großen Motortausch oder so machen. Ähm... Ich lege jetzt Musik hinter. Und... Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Video. Und, ja... Genießt es. Musik 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 Bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020